was geht ab leute und herzlich und zurück zu einem neuen video ich werde mal wieder meine meinung zu etwas sagen und zwar wieder mal nach einem kommentar meinung zum urus ja also der er sich jemand davon aus und meint wahrscheinlich den lamborghini urus und nicht wahrscheinlich ein schreibfehler von uranus also der lamborghini urus ist halt ein geländewagen von lamborghini ja es kann fahren ja sie war so großartig zum urus und sagen soll ich mal okay ich bin noch nie persönlich in einem gesessen oder so habe deshalb natürlich keine erfahrung hier habe ich auch nicht sogar die lamborghini sportauto aber die habe ich ja schon etwas gesehen und so aber okay ja geländewagen es ist wie ich nicht gelände es hat ein so wie von lamborghini ja also ja ich habe euch gerade nicht wieder erzählen eigentlich es ist ein geländewagen nein ein suv kein geländewagen es hat ein suv von lamborghini und da ist halt im urus ja okay das war es wieder mit dem video bis zum nächsten mal